Es waren so nämlich kleine Wunten und er war auch nicht so gut und keine Übelkeit und so, also das war ja so weit. Und dann auf dem Weg des Krankenhaus, aber trotzdem, da kamen die Wunten, ich muss jemanden angucken. Ähm, ich habe mich nicht mehr gesehen. Gina, hier bin ich! Ja, ich habe den Lüben jetzt nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr angucken, ich habe mich nicht mehr gesehen, ich habe mich nicht mehr gesehen. So mal los, so unter. Und ich habe mich ja auch, weil ich dann auch in der Raum war, und ich habe mich nicht, was es alles sein kann. Und dann hatte ich mich schon gedacht, ach du Scheiße, ich schätze. Und dann halt die Idee, die ganzen Rüben, die ganze Rüben, die eigentliche Rüben, der war immer so schlimm. Und dann hat er dann alles weitergelegt. Also dann hat er vielleicht einfach schleppt. Und dann hat er vielleicht auch nichts mehr gesehen. Ich habe keine Hinweise, warum? Ich habe keine enables.